So Freunde, ab in die Höhle. Hier bekommen wir einen neuen Auftrag. Einen Haufen Loot. Gut. Hier wurde eine fette Party gefeiert irgendwie hab ich das Gefühl. Der Worm ist ja in der Höhle, das versteh ich nicht. Mit den anderen verstritten oder was? Heute ist es soweit, du lernst mein neues Baby kennt, Diesel Daisy. Führt er sie mit Gasolina und sie gibt uns Diesel. Wenn wir den mit dem Schaum vermischen, haben wir Napalm. Napalm Baby. Wir lassen Jose so hell brennen, dass man ihn vom Weltraum aus sehen kann. Öffne die Ventile und wir gucken was passiert. Sei ganz zärtlich. Sie wird schnell nervös, wenn Fremde dabei sind. Hey Fili. Na wen haben wir denn da? Ich kann grad nicht Held. Daisy geht mir auf die Eier. In vielerlei Hinsicht. Was? Eigentlich würde ich es gar nicht wissen. So ist gut. So gefällt mir das. Der Druck steigt. Jetzt die anderen Ventile. Ich arbeite dran. Das ist ja ein toller Auftrag. Wie sollen Ventile aufdrehen? Hurra. Wo wir welche finden. Du brauchst Hilfe, Fili. Wie viele Ventile haben wir denn, wenn da wenigstens eine Anzeige wäre. Das ist nicht zwei von drei oder drei von vier oder so. Die Ventile sind ganz oben, Held. So. Du sagst das doch. Du Nase. Wobei er ja auch gesagt hat, ganz oben, und ganz oben, ist das doch wir waren. da geht es ja noch ein stück höher hier geht es heraus alles klar dann wissen wir ja bescheid wo sie sein sollen hier ist ganz oben haben wir schon ich sehe da noch was hier ist der ausgang es war wieder klar dass mir wieder so ein rätsel stellen von eingang aber von der seite sogar sogar gekommen da gibt es hier auch noch eine leiter nach oben für mich gibt es nur da ganz oben ist für mich hier ganz oben das war ein ventil das hier haben wir schon anderes ventil sehe ich da nicht ich hatte in dem spiel auch schon mal ein fehler da ging es auch nicht weiter ich würde mich auch nicht wundern wenn das jetzt hier auch wieder so ist da einfach hat die animation nicht weiter fährt ich habe mal tippen Mensch! Gehts überall nur runter aber nicht hoch. Kann man hier noch klettern. Ganz toll. Ich finde hier unten ein sehr, dann zieht ihr die Eier lang. Ich brauche nicht ganz oben bei den Ventilen. Da oben noch irgendwie eins. Guck mal, der Rechner mal mit mir. Sag mal, wie bist du auf den Namen Diesel Daisy gekommen? Das gefällt dir, was? Die Mamacita aus dem Fernsehen hat mich inspiriert. Die aus Lagrimas Ramas. Nein. Irgendwann war alles geschraubt, was wir schrauben konnten. Ja. War kein Ventil, was wir hier hatten, aber wir könnten den Hebel nach unten drehen. Auf keinen Hebel. Wir sollen das, wir sollen die Ventile auftreten. Das ist ein Knopf, den man drücken muss. Alles gut, ich bin da. 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 Du weißt Bescheid, wenn du es siehst. Pizza de resistance, wie die Franzosen sagen. Hm. Okay, Held. Dann lass uns mal ein bisschen zaubern. Ich könnte so eine Bohrensel nach einem Kontrollraum suchen. So, dann gucken wir mal, war da irgendwo gesittet hinkommen. Benünftig, aber hier ist doch eine Straße, ne? Kein Fluss, oder? Och, Mann ey. Immer diese Lauferei hier. So, 300 Meter bis zur Straße und dann nehmen wir das Auto. Alleine schon, dass er sagt, ich soll Ventile öffnen und dann sind das Knöpfe. So was kann ich überhaupt nicht haben. Hallo, Dani. Gewalt. Mal das erste Ventil, was wir geöffnet haben, wirklich ein Rad war. Ich fahr lieber. Dankeschön. Ja. Ja. Gute Werte. Gracias, gracias. Danke. Auf keine Zeit, du willst du küssen, lass mich zufrieden. Das macht auch keinen Sinn. Hier ist deine Karre. So gut wie neu. Boot oder Jet-Ski oder irgendwie sowas. Ja, die Bohrinsel werden bestimmt auch wieder richtig extrem überwacht und da kannst du ja nicht einfach mal so von Bord springen. schießen die Dähchen im Wasser. Zu. 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 Okay, Philly, ich halte die Spannung nicht mehr aus. Oder suche ich? Einen Krokodil-Kopf-Held. Du weißt schon. So ein Hund. Wie ein Maskottchen. Das ist echt wichtig. Ich wusste, ich hätte nicht fragen sollen. Genau. Mach einfach, was du am besten kannst. Offenbar haben die Soldaten ihre Drohungen ernst gemacht. Ge$%&! Ge$%&! Beeple, wir sind der Weis. Ge$%&! G$%&! Auf keinen Fall! Halt! Das ist eine große Herausforderung. Verstanden! Wow, das sieht aber lecker aus hier mit bestärkenden Grillparty. Ah, da haben wir doch einen. Sehr gut. Was steht da 24 Meter? Du entkommst dir nicht! Ob ich nicht. Welche Köpfe brauchen wir denn? Ich finde da eine Möglichkeit Luis versteckt zu öffnen. Das muss der Schlüssel zum Geheimverständnis des Freundes sein. Wie schade, dass du ihn gefressen hast. Naja, wo die Liebe hinfällt. Schließe die Tür vor Luis Haus auf. Was kommen wir denn da hin zu Luis? Der Luis Haus, oder? Karajo. Das ist eine Menge hungriger Krokodile. Ja, die was schon ausgeschaltet haben. Also sorge dich nicht. Sollen wir da hochkommen? Viel schlimmer, das größere Rätsel als wenn ich wüsste wo ich den Schlüssel finde. Ne, den hab ich ja schon. Ein Ding. Okay, muss ja irgendwas Rationelles sein. Warte mal. Ne, nur irgendwie aus dieser Richtung hier. Und auch Luis muss ja irgendwie hochgekommen sein. Ah, das... Warten. Gut. Na gut, dann schwingen wir uns da mal rüber. Ja, die Höhe passt schon. Jawoll. Tür ist auf. Ein neuer Tag. Eine neue abgefuckte arabische Liebesgeschichte. Oh. Neue Waffe. Geht's ja nochmal rüber zur Bauinsel. Wird auch nochmal ein Abenteuer. Aber okay, wir fahren hier sogar im Dunkeln. Okay, hier. Oh. Das ist ein Ding. Ich will da nicht drüber schwimmen. So weit. Okay, komm, egal. Kommt halt ein bisschen schneller und dann müsste das auch gehen. Warte, wir müssen ja auch noch zurück, ne? Aber vielleicht haben die ja ein Jet-Ski da rumstehen. Das wäre natürlich super. Ja, wir sind gleich da. Das wird auch nochmal eine harte Partie, glaube ich. Ich werde ja da nicht drüber schwimmen. Ich bin eben da in irgendeine Schnellreise. Das ist für mich keine Bohrinsel, ey. Das ist für mich eine normale Insel, wo gebohrt wird. Ach doch, das ist doch eine Bohrinsel. Alles klar. So, Salzwasser trägt besser. Da müsst ihr eigentlich schneller schwimmen können, oder? Dann haben wir aber wirklich schon fast alles gesehen. Und wenn wir die Bohrinsel jetzt auch noch einnehmen, sag ich mal, unser Logo draufsetzen, das wäre ja auch nochmal was. So, Salzwasser trägt besser. Ich hoffe, dass wir gleich eine Leiter finden. Clara, Fili will, dass ich auf einer Bohrinsel nach Teilen suche. Dann kannst du zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Sichere das Öfe Libertat und jag bloß nichts in die Luft. Wir brauchen jeden Tropfen. Verstanden. Das wird nicht so einfach. Hier muss ich vorsichtig sein. Fili, ich bin auf der Bohrinsel. Was suche ich nochmal? Eine Platine, ey. Sieht aus wie ein Stück Metall mit oben was drauf. Danke. Sehr hilfreich. Ich will dich ja nicht stressen, aber Daisy wartet. Sie wartet nicht gern. Ich hab alles, Fili. Auch den Krokodilkopf? Si, si. Sogar den. Oh, ich werde dich bis zum Tod lieben. Gut, komm zu Daisy zurück, Held. Oh, das sind keine Gegner hier. Ich soll da noch was sichern, oder? Ich weiß, hier auch keine Möglichkeit, hier noch weiter. Ach, warte mal, hier. Wir können die Bohrinsel doch ganz annähen. Ich weiß, hier auch ganz annähen. Aufeinsel! Ich weiß, hier auch ganz annähen. Ich weiß nicht, hier auch ganz annähen. Ich weiß nicht, hier auch ganz annähen. Sher, ich weiß nicht, hier auch ganz annähen. Die Bohrinsel betont bin ich nicht. Ich weiß nicht, was dich ist. Ich muss das Ventil öffnen! Der erste Ball! Der nächste Ball! Der erste Ball! Der erste Ball! Der zweite Ball! Pass auf, Dani. Feindliche Luftunterstützung. Ich glaube auch, Dani. Geschicht aktiviert! Luftballschuh! Ein Schlüssel. Aber wofür? Achtung, da sind Helikopter auf dem Weg zu dir, Dani. Helikopter, Helikopter. Noch mehr Platinen. Oh, da wird er sich überfreunden. Bist gekartet zum Serverraum. Der Feind kriegt Verstärkung aus der Luft und nähert sich deiner Position. Halt dich nicht! Volltreffer! Pass auf, Dani. Feindliche Luftunterstützung. Musik WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR Man sind die nervig GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR Ja, Lennie! 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 Was ist das? 2 3 4 4 4 5 5 5 6 7 7 10 11 12 13 Aber Landeplatz... Jo, wir haben die eingenommen. Sehr geil. Boah, das war ein Krampf. Jo, Vorinsel. Unsere erste. Sehr gut. Okay, und dann müssen wir wieder zurück hier. Zu Diesel, Daisy. Und hier aus für Schnellreise. Geht, glaube ich, schneller. Hey, jetzt seht's mir immer dasselbe. Richtig. Straße? Wasser. So, wenn wir jetzt zu ihm wollen... Jetzt hier... Dann müssen wir eigentlich nur geradeaus laufen, ne? Naja. Aber 1200 Meter ist ganz schön weit. Ja. Würde am liebsten ein Auto nehmen, aber ich weiß leider nicht, dass ich mit dem Auto hier durchkomme. Ja. 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 In der Tür dreiten. Ja. Wenn wir gut. Ruhig. Ganz ruhig. Los! Los! Was ich richtig, dass der im Dunkeln wäre? Hurra! Full power! geht auf jeden fall schneller als wenn wir zu fuß laufen das war aber knapp da war bestimmt der schweiz schon halb weg und flink hier langsam das war doch klar dass ich da wieder mit dem pferd fast abstürze ok ich weiß vieles kram einfach auf seine werkbank ja ich hab das zeug warum trägt daisy eine sprengfalle manchmal müssen wir denen wehtun die wir lieben hält nachdem sie uns napalm gemacht hat aber erst muss ich sie reparieren mit einem krokohelm ja das bringt die viele magie in ganz das ist meine daisy wahre lieben ach du scheiße jetzt war schon angegriffen ja 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 man ja realistisch gemacht mit dem siebküro ja 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 Mierda. Will ich ihn dort kennen, können wir doch das Ding schon wieder in die Luft jagen, oder? Ami! Da füriert ihr weg! Stacey muss arbeiten! Gah! Stacey muss arbeiten! Gah! 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 Halt die Feuerwehr! Sie sind dabei mit fast 20, Gah! Oh, fast! Stacey, mach doch! Stacey kann! Gah! Gib mir weg! Gah! 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 Werden? Dumme von dismantlingen! Abras! Truck! Seych accur mahdoll! Grosse gemachte! Der Kapi! Ja Ja, Mann, die Leute. 90 Prozent, okay. Oh, das werden sie auch. No, 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 Konyo! Funktioniert wieder nicht. Warte, der ist doch sicher mit dem Krokodil-Helm durch die Gegend, oder was? Aikonio! Oh, das ist doch sicher mit dem Krokodil-Helm. Was? Warte, Duw, Niche, alles! Lauf! Warte! Warte, Warte, Warte! Warte, Warte, Warte! Geh! Okay, da muss ich drauf schießen, wenn ich da drauf sitze, habe ich da ein Problem. Jetzt! Oh, sehr emotional, der Junge. Ah, okay. Aber sie ist nicht umsonst gestorben. Sie hat uns mit endlosen Litern ihres süßen, feurigen Schweißes gesegnet. Und wir werden diesen Schweiß auf Rosszee regnen lassen und ihn beim Schmelzen zu sehen. Wahnsinnig ist er ja auch, der Typ, ne? Ich weiß, mein herzliches Beileid, Philly. Ist nur eine Maschine, Held. Krieg dich ein. Ja. Wenn du eine Maschine, Held, krieg dich ein und er. Ja, Freunde, an dieser Stelle würde ich sagen, machen wir erstmal Schluss. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Teil. Bis dahin.